Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj muss mir mal gerade noch mal das deck angucken ich glaube genau da hatten wir nämlich zweimal lasst die hunde los jetzt das ist geil das ist sehr sehr geil so jetzt müssen wir gucken was wir dafür ausmachen da ist nicht einfach einfach ist ja nicht so machen wir daraus den machen wir aus würde ich sagen noch mal lasst die hunde los rein oder das deck lassen wir ansonsten so ne rasch hunter fertig zurück und spielen und los ja aber auf jeden fall jetzt zwei mal lasst die hunde los auf jeden fall schick schön wäre natürlich auch ein zweiter messer jongleur damit lasst die hunde los und auch mit messerchen unterstützt wird ja kann ja nicht alles haben ja das immer beginnen sehr schön sehr sehr schön mama neben war grüße hallo ich grüße dich zur folge 132 du bist zufällig mein opfer diese runde aber vielleicht bin ich auch das opfer ich verliere sehr oft in letzter zeit viel öfter als mir lieb ist was war ich denn da hm ich glaube so war besser besser können wir im nächsten zug Hyäne falls der drauf geht wir haben viele geheimnisse oh man ok 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 das ist aber ein secret mage als gehschnauber gucken wir mal hier was da so geht oh zerstäuben really nein damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet ah super ärgerlich ach gott ist der wurm so tief drin oder was oh gott mit zerstäuben habe ich überhaupt nicht gerechnet ich könnte schnell einen schuss drauf machen um den erstmal loszuwerden keine ahnung fels keine ahnung so ein schlechter start könnte auch gut sein dass es eisblock ist gleich hier der hochpumpboy kommt oh ich werde sie mit allen zeigen ha schade ein mana fehlt für die geile kombo das dem und dem vielleicht mache ich auch einfach das hier ich frage mich ob auch kein so gutes timing für loa tap um ehrlich zu sein aber jawoll er spielt noch was aus und geht face das ist gut eigentlich gar nicht so übel für mich wegen lass die hunde los und so ähm nein ja gut das war's das so schnell hat man spiel verloren es ist nicht zu glauben ich werde es ihnen allen zeigen ha ich habe ich habe kein glück mehr ich meine die spiele auch nicht 100%ig rund davon mal abgesehen aber ich habe auch echt irgendwie aber ich habe auch echt irgendwie irgendwie läuft da nicht ne kann nicht ich habe kein glück mehr so ich habe keinen glück mehr dass ich hier Ah Gott Ich würde ja gerne face gehen Aber ich kriege den auch nicht weg Und ich bin fast tot Puh Es sieht nicht gut aus Freunde der Nacht Portal Ich gebe alles ne Feuerball Die Loose Parade Und wir sind wieder an 20 Ja Keine Ahnung Was soll ich sagen Na gut ich hoffe euch hat es gefallen Nächste Folge sind wir mit einem Krieger unterwegs Tschö